It's likely one of those international cities might... Ohohoho, he's scared of the show! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ottos News Update. Ich habe wieder Harry Hirsch gespielt und liefere euch die neuesten Gaming News. Harry Hirsch, bitte melden! Hallo, hier spricht Harry Hirsch. Heute erwartet euch unter anderem, dass die Playstation 5 zerlegt wird. Wir treffen Vampire und es gibt News über die Call of Duty Beta. Viel Spaß! Otto, finde ich gut! Sony nimmt die Playstation 5 auseinander. In einem Teardown Video von Sony wird gezeigt, was alles in der Playstation 5 drin steckt. Außerdem erfahren wir mehr darüber, wie man die Playstation in die liegende Position bringt. Die Kühlung wird noch einmal hervorgehoben. Flüssiges Metall soll die Playstation wirklich flüsterleise machen. Wir sehen, wie leicht die Seitenflügel abnehmbar sind. Da kann ich mir gut vorstellen, dass da einige Special Editions rauskommen. Und außerdem verrät Sony, dass das Gerät 5 Jahre lang in der Entwicklung war. Schaut euch das Video gerne an, ich habe es euch unten verlinkt. Und was mir noch aufgefallen ist, wenn ich dieses Bild so genau betrachte, ich glaube die Playstation wird verdammt groß. Ganz so extrem wie auf diesem Bild wird es aber wohl doch nicht sein. Kommen wir zu einer Nachricht, über die ich mich mega gefreut habe. Das Mittelalter-Spiel Kingdom Come Deliverance wird verfilmt. Wie genau das Ganze vonstatten geht, ob als Film oder als Serie, wann die Dreharbeiten beginnen und wie der Cast aussieht, das alles ist noch vollkommen unklar. Ich hoffe einfach nur, dass die Saufszene mit dem Part da reinkommt. Das ist ein Muss und da freue ich mich schon wirklich drauf. Also, ich muss schon sagen, das war ein herrlicher Abend. Es wird wieder fleißig geballert. Am Wochenende war die offene Call of Duty Beta Phase. Zuerst konnten exklusiv nur die Vorbesteller starten, dann ging es für alle Playstation 4 Spieler ab. Die Xbox-Spieler kommen erst ab dem 15. und 16. in den Genuss, da auch erst die Vorbesteller. Und vom 17. bis 19. Oktober ist noch einmal eine offene Beta für alle Plattformen. Da kann jeder noch einmal einen Blick auf das neue Cold War werfen. Also habt ihr es bisher verpasst, dick im Kalender anstreichen. Wir werfen noch einen ganz kurzen Blick auf die Spiele für Playstation Plus und Xbox Live-Besitzer. Auf der Playstation erwartet euch das Rollenspiel Vampire. Darauf freue ich mich extrem. Das ist ein Rollenspiel, das Ende des Ersten Weltkriegs spielt. Und ihr seid halt ein Vampir. Also ich bin sehr gespannt, soll sehr atmosphärisch sein. Dazu gibt es noch Need for Speed Payback. Für alle Rennspielfans sicherlich einen Blick wert. Auf der Xbox gibt es das Spiel Slayway Camp. Butcher's Cut, das kannte ich bisher nicht. Von der Beschreibung her hört es sich aber sehr witzig an. Eine Hommage an die Horrorfilme der 70er und 80er Jahre. Das Ganze im Pixel-Look gehalten und wie eine Art Schiebe-Puzzle-Spiel. Kann man sicher sich mal angucken. Das zweite Spiel, Made of Scare, geht auch in die Horror-Richtung. Es beinhaltet Stealth-Elemente und sieht auf den Screenshots sehr gut aus. Für die Xbox 360 gibt es noch Sphinx und die verfluchte Mumie sowie Custom Quest. Falls euch eines der Spiele interessiert, vergesst nicht das Herunterladen. Mit Online-Shootern lässt sich eine Menge Kohle machen. Das hat auch Amazon mitbekommen, also veröffentlichten sie Crucible im Mai diesen Jahres. Der Start verlief allerdings nicht so wie sich die Bosse das vorgestellt haben. Die Spielerzahlen brachen direkt ein und das Spiel wurde zur Überarbeitung wieder in die geschlossene Beta versetzt. Auch dieser Plan ist jetzt hinfällig. Im November werden die Server abgeschaltet und das Spiel ist tot. Wer Geld investiert hat, bekommt es allerdings wieder zurück. Das ist schon mal ganz fein. Kurz nach dem Start des Spiels habe ich es bei einigen Streamern gesehen und habe es für mich als uninteressant abgehakt. Anscheinend war ich da wohl nicht der Einzige. So schnell und einfach funktioniert das dann wohl doch nicht mit dem Geldverdienen mit Online-Spielen. Hier noch ein Beitrag in eigener Sache. Ich wollte euch den Kanal Check German ans Herz legen. Dessen Betreiber hat mein Mafia-Video gesehen und mir geschrieben, dass ich doch einen tollen Kanal hätte und er mich in seinem Vlog als Kanal des Monats vorstellen möchte. Ob ich damit einverstanden bin? Na klar. Wie geil ist das denn? Das hat er dann auch getan und ich habe mich mega darüber gefreut. Das Video habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt und schaut doch mal bei Check German vorbei. Es lohnt sich wirklich. Er hat regelmäßige Vlogs, die er veröffentlicht, Xbox und Playstation Top-Listen. Er macht Unbox-Videos und auch andere Videos für Sammler. Es lohnt sich, schaut rein, ist ein echt sympathischer Dude. Und nochmal ein riesen Dankeschön an dich, Check German. Was habe ich mich gefreut. Microsoft hat eine langjährige Partnerschaft mit GameStop angekündigt. Wobei langjährig da auch mit Fragezeichen versehen werden muss, da GameStop sich bekanntlich ja in einer Krise befindet. Aber das ist ein anderes Thema. Das heißt jetzt aber nicht, dass es in GameStop-Filiaden in Zukunft nur noch Xbox-Titel zu kaufen gibt, sondern es betrifft eher geschäftsinterne Kommunikation oder auch das Abwickeln von bestimmten Verläufen im System. Also für die Spieler nicht wirklich relevant. Warum erwähne ich es dann überhaupt? Gute Frage. Habt ihr euch schon immer gefragt, warum Sonic nicht schwimmen kann? Wenn nicht, egal, ich gebe euch die Antwort. Die Entwickler dachten, dass Eagle nicht schwimmen können und deswegen kann Sonic auch nicht schwimmen. Stimmt aber gar nicht, Eagle können sehr wohl schwimmen. Wieder was gelernt. Das war es auch schon wieder für diese Woche. Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung zu den Nachrichten in die Kommentare schreibt. Nächste Woche gibt es kein News-Update, da bin ich im Urlaub. Ja, auch ein Otto macht mal Urlaub. Und ich freue mich dann in zwei Wochen für euch wieder die neuesten News aus der Gaming-Welt zu präsentieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oder ein Abo da. Und dann bis in zwei Wochen.